Nach der überraschenden Niederlage gegen den SC Freiburg im Pokalviertelfinale und dem damit verbundenen Ausscheiden des FC Bayern München aus dem DFB-Pokal ging nach dem Spiel vor allem ein Video viral und das Ganze ist auch eben erst nach Schlusspfiff entstanden und zwar ging es dabei um das Aufeinandertreffen von Jamal Musiala und Freiburg-Trainer Christian Streich. Ich denke ihr habt es alle gesehen. Vorgeschichte war halt eben so, dass es in der Nachspielzeit Freiburg einen Handelfmeter bekam, den sie dann letztendlich verwandelten zum 2 zu 1 Siegtreffer. Übeltäter war halt eben jener Jamal Musiala, ging da relativ ungestüm rein mit der Hand, wurde jetzt auch schon von Tuchel unter anderem kritisiert, aber letztendlich ist es ein Fehler, aber das Ganze passiert und man kann es jetzt auch nicht mehr ändern. So hat er halt extrem großen Anteil daran, weil es eben die letzte Aktion im Spiel war an dem Ausscheiden der Bayern und damit halt eben auch daran, dass die Chance auf das Triple jetzt für diese Saison erstmal geplatzt ist. Das Video ist dann halt eben direkt nach Abpfiff entstanden. Musiala war extrem gebrochen, extrem angepisst. Streich wollte ihn trösten. Letztendlich hat Musiala dann eben den Handschlag verweigert und ist wortlos weggelaufen und ist ihm auch mehr oder weniger ausgewichen. Streich hatte dann noch ein paar meckernde Worte hinterhergerichtet, was ich persönlich ein bisschen unnötig finde. Die Aktion, die Geste an sich, die nehme ich ihm ab, finde ich auch, ja, finde ich gut, aber da noch hinterher zu meckern, finde ich ein bisschen unnötig, weil wenn man sieht, er hat keinen Bock, dann lass ihn doch einfach in Ruhe. Zu Musiala muss ich sagen, ja, klatsch da doch einfach ab. Letztendlich ist es nur eine kurze Aktion und so wird jetzt mehr draus gemacht, als es eigentlich ist. Aber ich kann ihn andererseits auf jeden Fall auch verstehen, weil das zeigt halt eben auch seinen Ehrgeiz, wie unbedingt er hier gewinnen wollte. Und da war er dann halt einfach so angepisst und ja, auch sauer über seine eigene Leistung. Da kann ich verstehen, dass er nach dem Abpfiff erstmal nichts hören will, vor allem nicht vom Gegner. Nun hat eben Sport1 berichtet, dass es aber auch schon nach dem Spiel noch im Stadion ein klärendes Gespräch gab zwischen Musiala und Christian Streich, bei dem der Nationalspieler dann dem SC Freiburg-Coach als Entschuldigung sein Trikot versprochen habe. Denn am Samstag treffen die beiden Mannschaften ja wieder aufeinander, diesmal zwar in Freiburg, aber das sollte ihn nicht daran hindern. Und das Ganze hat Musiala jetzt auch noch selbst bestätigt. Er hat nämlich unter dem Instagram-Post von Sky kommentiert, in dem die das Video von der Aktion hochgeladen hatten. Jeder, der mich kennt, weiß, wie traurig und im Tunnel ich in diesem Moment war. Trikot gibt es wie versprochen am Samstag. Somit bestätigt er das Ganze und somit sollte eigentlich auch alles geklärt sein. Finde ich eine coole Aktion, dass er sich jetzt im Nachhinein eine Nacht drüber geschlafen jetzt entschuldigt. Ich denke, das sollte man nicht überbewerten. Viele haben da von Arroganz und so weiter gesprochen. Also das finde ich ein bisschen weit hergeholt und auch extrem übertrieben. Ich meine, der hat jetzt noch nicht so viele Rückschläge erlebt in seiner Karriere, ist noch jung. Also lass den Jungen einfach und so jetzt einfach eine coole Geste von ihm. Des Weiteren hat er sich jetzt nun auch noch auf Twitter und in seiner Instagram-Story zu Wort gemeldet und geschrieben. Ein bitteres Ende für uns alle gestern Abend, besonders für mich persönlich. Die Aktion vor dem Strafstoß war unglücklich und ärgert mich am meisten, das könnt ihr mir glauben. Aber wir haben keine Zeit, den Kopf hängen zu lassen. Ich werde weiterhin alles für euch geben, um alle unsere verbleibenden Ziele in diesem Jahr zu erreichen. Somit sollte letztendlich, denke ich mal, alles geklärt sein. Freut mich auf jeden Fall, dass er jetzt auch noch so positive Worte finden kann, weil ich habe echt selten einen Spieler so gebrochen gesehen nach einem Spiel. Es war halt einfach für ihn persönlich extrem hart, wesentlich härter wie für die Mannschaft, weil es halt eben seine Schuld war und das wusste jeder im Stadion und auch er selbst. Aber letztendlich gut, dass er jetzt positive Worte gefunden hat. Das war also das Video soweit zu dieser Situation. Lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Schaut auch gerne mal noch bei meiner Taktikanalyse zu eben jenem Spiel an. Die kam nämlich heute Morgen online. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!